Ich konnte mal super aussitzen. Nach hinten legen und Beine zurück. Das ist ja immer. Das ist schwer. Galopp ist einfacher als Brach. So, wenn er wollte, könnte er jetzt auch runtergehen. Ich hab dir alles gesehen. Oder? Ach so. Jetzt braucht er die Kalte. So. Du machst das weg, gell? Das Pferd hört auf den, Mama. Nicht überfallsartig, gell? Sondern, oh. Gell? Zuerst nach hinten sitzen. Danke. Danke.